Diese Welt ist voller Bilder und diese Welt ist voller Emotionen. Die jungen Menschen von heute sind sehr visuell erzogen. Das heißt, sie sind groß geworden mit Tablets und YouTube. Das heißt, man muss ihnen visuelles Futter geben. Und ich bin sehr froh, dass es heute einen Livestream gibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017